Hallo meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte und ihr seht schon, ich habe euch wieder einen neuen Batman mitgebracht, diesmal A Death on the Family und ihr seht schon The Groundbreaking Classic. Das ist ja tatsächlich, wenn man sich so die Batman-Geschichten anschaut, ein großer Klassiker, ein wichtiger Comic. Da geht es darum, dass Jason Todd, der Nachfolger von Dick Grayson als Robin, ja bei den Lesern unglaublich unbeliebt war, die mochten ihn einfach nicht. Und dann gab es ein Abstimmungsverfahren von DC und am Ende kam raus, dass er sterben sollte und er ist hier gestorben, in diesem Comic, umgebracht von Joker. Und jetzt geht es natürlich darum, dass Batman hier versucht rauskriegen, wer, warum, weshalb und so weiter und so fort. Inhaltlich also ein Klassiker, ihr seht die Zeichnungen und ihr könnt schon ahnen, das ist nicht so, wie ich meinen Batman mag. Ich meine klar, der Comic ist alt, das ist halt ein anderer Stil gewesen, aber zum einen mag ich die Gesichter nicht. Ich finde das nicht, ich weiß, es ist der Joker, aber trotzdem nicht wirklich toll und er ist mir halt viel zu bunt. Und das ist halt so ein klassischer 80er Jahre Batman, so ein buntes Zeugs. Ich mag meinen Batman düster und dunkel, passt mir also nicht so wirklich.